Kannst du mir den Weg zum Bahnhof erklären? Ja, sicher. Du gehst hier geradeaus und biegst dann links ab. Dann gehst du immer weiter, bis du am Bahnhof angekommen bist. Wann hast du das letzte Mal Urlaub gemacht? Das letzte Mal, als ich Urlaub gemacht habe, war im Sommer letzten Jahres. Kannst du mir den Weg zum Bahnhof erklären? Ja, sicher. Du gehst hier geradeaus und biegst dann links ab. Dann gehst du immer weiter, bis du am Bahnhof angekommen bist. Wann hast du das letzte Mal Urlaub gemacht? Das letzte Mal, als ich Urlaub gemacht habe, war im Sommer letzten Jahres. Was hast du gestern zum Abendessen gekocht? Gestern Abend habe ich Nudeln mit Tomatensauce gekocht. Was sind deine Pläne für das kommende Wochenende? Am kommenden Wochenende plane ich, mit Freunden zu einem Konzert zu gehen und am Sonntag ein Picknick im Park zu machen. Was hast du gestern zum Abendessen gekocht? Gestern Abend habe ich Nudeln mit Tomatensauce gekocht. Was sind deine Pläne für das kommende Wochenende? Am kommenden Wochenende plane ich, mit Freunden zu einem Konzert zu gehen und am Sonntag ein Picknick im Park zu machen. Was sind die Vorteile des Sports? Sport kann helfen, fit und gesund zu bleiben, Stress abzubauen und das Selbstbewusstsein zu stärken. Wie schmeckt dir das Essen hier? Mir schmeckt das Essen hier sehr gut. Es ist lecker und frisch. Wie spät ist es? Es ist sieben Uhr. Was machst du beruflich? Ich arbeite als Lehrer. Wie spät ist es? Es ist sieben Uhr. Was machst du beruflich? Ich arbeite als Lehrer. Was für Musik hörst du gerne? Ich höre gerne Popmusik, aber ich mag auch Rock und Klassik. Wie lange bist du schon in Deutschland? Ich bin seit fünf Jahren in Deutschland. Was für Musik hörst du gerne? Ich höre gerne Popmusik, aber ich mag auch Rock und Klassik. Wie lange bist du schon in Deutschland? Ich bin seit fünf Jahren in Deutschland. Was sind deine Lieblingsrestaurants in der Stadt? Ich mag das italienische Restaurant Pasta e Basta und das indische Restaurant Taimahal sehr gerne. Wie oft gehst du ins Kino? Ich gehe etwa einmal im Monat ins Kino. Was sind deine Lieblingsrestaurants in der Stadt? Ich mag das italienische Restaurant Pasta e Basta und das indische Restaurant Taimahal sehr gerne. Wie oft gehst du ins Kino? Ich gehe etwa einmal im Monat ins Kino. Was machst du in deiner Freizeit? In meiner Freizeit lese ich gerne Bücher, schaue Filme und treffe Freunde. Was sind deine Pläne für die Zukunft? In Zukunft möchte ich mehr Reisen und eine neue Sprache lernen. Ich würde auch gerne meine Karriere vorantreiben. Was machst du in deiner Freizeit? In meiner Freizeit lese ich gerne Bücher, schaue Filme und treffe Freunde. Was sind deine Pläne für die Zukunft? In Zukunft möchte ich mehr Reisen und eine neue Sprache lernen. Ich würde auch gerne meine Karriere vorantreiben. Welches ist dein Lieblingsbuch? Mein Lieblingsbuch ist Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins von Milan Kundera. Was machst du, um fit zu bleiben? Ich gehe regelmäßig joggen und mache auch Krafttraining. Ich versuche auch, mich gesund zu ernähren. Welches ist dein Lieblingsbuch? Mein Lieblingsbuch ist Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins von Milan Kundera. Was machst du, um fit zu bleiben? Ich gehe regelmäßig joggen und mache auch Krafttraining. Ich versuche auch, mich gesund zu ernähren. Wie sieht dein Traumurlaub aus? Mein Traumurlaub wäre eine Reise durch Japan, bei der ich die verschiedenen Städte und Sehenswürdigkeiten besuche und die lokale Küche probiere. Was war das letzte Buch, das ich gelesen habe, war Der Name des Windes von Patrick Rothfuss. Wie sieht dein Traumurlaub aus? Mein Traumurlaub wäre eine Reise durch Japan, bei der ich die verschiedenen Städte und Sehenswürdigkeiten besuche und die lokale Küche probiere. Was war das letzte Buch, das du gelesen hast? Das letzte Buch, das ich gelesen habe, war Der Name des Windes von Patrick Rothfuss. Was für Filme schaust du am liebsten? Ich schaue gerne Komödien und Dramen, aber auch Science-Fiction-Filme und Action-Filme. Was sind deine Hobbys? Meine Hobbys sind Zeichnen, Malen und Fotografieren. Ich verbringe auch viel Zeit mit Freunden und gehe gerne auf Reisen. Was für Filme schaust du am liebsten? Ich schaue gerne Komödien und Dramen, aber auch Science-Fiction-Filme und Action-Filme. Was sind deine Hobbys? Meine Hobbys sind Zeichnen, Malen und Fotografieren. Ich verbringe auch viel Zeit mit Freunden und gehe gerne auf Reisen. Wie bist du zur Arbeitsschule gekommen? Ich bin mit dem Bus zur Arbeitsschule gekommen. Was ist dein Lieblingssport? Mein Lieblingssport ist Tennis. Wie bist du zur Arbeitsschule gekommen? Ich bin mit dem Bus zur Arbeitsschule gekommen. Was ist dein Lieblingssport? Mein Lieblingssport ist Tennis. Was war das letzte Konzert, das du besucht hast? Das letzte Konzert, das ich besucht habe, war ein Konzert von Ed Sheeran. Was sind deine Lieblingsfernsehserien? Meine Lieblingsfernsehserien sind Friends, Game of Thrones und Breaking Bad. Was war das letzte Konzert, das du besucht hast? Das letzte Konzert, das ich besucht habe, war ein Konzert von Ed Sheeran. Was sind deine Lieblingsfernsehserien? Meine Lieblingsfernsehserien sind Friends, Game of Thrones und Breaking Bad. Was hast du gestern Abend gemacht? Gestern Abend habe ich mit Freunden zu Abend gegessen und danach einen Film geschaut. Wie lange bist du schon in Deutschland? Ich bin vor drei Monaten nach Deutschland gekommen, um hier zu studieren. Was hast du gestern Abend gemacht? Gestern Abend habe ich mit Freunden zu Abend gegessen und danach einen Film geschaut. Wie lange bist du schon in Deutschland? Ich bin vor drei Monaten nach Deutschland gekommen, um hier zu studieren. Was machst du in deiner Freizeit? In meiner Freizeit treffe ich mich mit Freunden, gehe ins Fitnessstudio und lese gerne Bücher. Was war dein erster Job? Mein erster Job war als Kellner in einem Restaurant während meines Studiums. Was machst du in deiner Freizeit? In meiner Freizeit treffe ich mich mit Freunden, gehe ins Fitnessstudio und lese gerne Bücher. Was war dein erster Job? Mein erster Job war als Kellner in einem Restaurant während meines Studiums. Was isst du gerne zum Frühstück? Zum Frühstück esse ich gerne Brot mit Käse oder Marmelade und trinke eine Tasse Kaffee. Wie oft gehst du ins Kino? Ich gehe ungefähr einmal im Monat ins Kino. Was isst du gerne zum Frühstück? Zum Frühstück esse ich gerne Brot mit Käse oder Marmelade und trinke eine Tasse Kaffee. Wie oft gehst du ins Kino? Ich gehe ungefähr einmal im Monat ins Kino. Was hast du am Wochenende vor? Am Wochenende möchte ich mit Freunden ins Kino gehen und danach etwas essen gehen. Wie lange bist du heute Morgen geschlafen? Ich habe heute Morgen ungefähr 7 Stunden geschlafen. Was hast du am Wochenende vor? Am Wochenende möchte ich mit Freunden ins Kino gehen und danach etwas essen gehen. Wie lange bist du heute Morgen geschlafen? Ich habe heute Morgen ungefähr 7 Stunden geschlafen. Was ist deine Lieblingsmusikrichtung? Meine Lieblingsmusikrichtung ist Popmusik. Was war das schönste Land, das du bereist hast? Das schönste Land, das ich bereist habe, war Neuseeland. Die Landschaft dort war atemberaubend. Was ist deine Lieblingsmusikrichtung? Meine Lieblingsmusikrichtung ist Popmusik. Was war das schönste Land, das du bereist hast? Das schönste Land, das ich bereist habe, war Neuseeland. Die Landschaft dort war atemberaubend. Was machst du, um fit zu bleiben? Ich gehe oft ins Fitnessstudio und mache auch gerne Yoga. Ich versuche auch, gesund zu essen. Was hast du gestern zum Abendessen gegessen? Gestern Abend habe ich Nudeln mit Tomatensauce und Salat gegessen. Was machst du, um fit zu bleiben? Ich gehe oft ins Fitnessstudio und mache auch gerne Yoga. Ich versuche auch, gesund zu essen. Was hast du gestern zum Abendessen gegessen? Gestern Abend habe ich Nudeln mit Tomatensauce und Salat gegessen. Was sind deine Hobbys? Meine Hobbys sind Lesen, Reisen und Fotografieren. Wie oft machst du Sport? Ich versuche, drei bis vier Mal pro Woche Sport zu machen. Was sind deine Hobbys? Meine Hobbys sind Lesen, Reisen und Fotografieren. Wie oft machst du Sport? Ich versuche, drei bis vier Mal pro Woche Sport zu machen. Was sind deine Pläne für den Sommer? Ich plane, in den Sommerferien eine Reise nach Spanien zu machen und ein paar Wochen am Strand zu verbringen. Was machst du, wenn du gestresst bist? Wenn ich gestresst bin, mache ich gerne Yoga und gehe spazieren. Ich versuche auch, mich zu entspannen, indem ich ein Buch lese oder eine Tasse Tee trinke. Was sind deine Pläne für den Sommer? Ich plane, in den Sommerferien eine Reise nach Spanien zu machen und ein paar Wochen am Strand zu verbringen. Was machst du, wenn du gestresst bist? Wenn ich gestresst bin, mache ich gerne Yoga und gehe spazieren. Ich versuche auch, mich zu entspannen, indem ich ein Buch lese oder eine Tasse Tee trinke. Was ist dein Lieblingsfilm? Mein Lieblingsfilm ist »Der Heer der Ringe«. Ich mag die Geschichte und die visuelle Gestaltung sehr gerne. Wie trinkst du deinen Kaffee am liebsten? Ich trinke meinen Kaffee am liebsten mit Milch und ohne Zucker. Was ist dein Lieblingsfilm? Mein Lieblingsfilm ist »Der Heer der Ringe«. Ich mag die Geschichte und die visuelle Gestaltung sehr gerne. Wie trinkst du deinen Kaffee am liebsten? Ich trinke meinen Kaffee am liebsten mit Milch und ohne Zucker. Was war dein erster Job? Mein erster Job war als Kellner in einem Restaurant. Was sind deine Lieblingstiere? Meine Lieblingstiere sind Hunde und Katzen. Ich liebe es, Zeit mit ihnen zu verbringen. Was war dein erster Job? Mein erster Job war als Kellner in einem Restaurant. Was sind deine Lieblingstiere? Meine Lieblingstiere sind Hunde und Katzen. Ich liebe es, Zeit mit ihnen zu verbringen. Welche Fremdsprachen sprichst du? Ich spreche Englisch und etwas Französisch. Was war das letzte Buch, das du gelesen hast? Das letzte Buch, das ich gelesen habe, war »Die Verlobten« von Alessandro Manzoni. Welche Fremdsprachen sprichst du? Ich spreche Englisch und etwas Französisch. Was war das letzte Buch, das du gelesen hast? Das letzte Buch, das ich gelesen habe, war »Die Verlobten« von Alessandro Manzoni. Was hast du gestern Abend gemacht? Gestern Abend habe ich mit Freunden einen Film geschaut und Pizza gegessen. Wie würdest du dich selbst beschreiben? Ich würde mich als freundlich, zuverlässig und offen beschreiben. Was hast du gestern Abend gemacht? Gestern Abend habe ich mit Freunden einen Film geschaut und Pizza gegessen. Wie würdest du dich selbst beschreiben? Ich würde mich als freundlich, zuverlässig und offen beschreiben. Was war dein Lieblingsfach in der Schule? Mein Lieblingsfach in der Schule war Mathematik. Ich fand es immer sehr interessant, Probleme zu lösen und Lösungen zu finden. Was hast du letzten Sommer gemacht? Letzten Sommer habe ich eine Sprachreise nach Frankreich gemacht. Ich habe mein Französisch verbessert und viele neue Leute kennengelernt. Was war dein Lieblingsfach in der Schule? Mein Lieblingsfach in der Schule war Mathematik. Ich fand es immer sehr interessant, Probleme zu lösen und Lösungen zu finden. Was hast du letzten Sommer gemacht? Letzten Sommer habe ich eine Sprachreise nach Frankreich gemacht. Ich habe mein Französisch verbessert und viele neue Leute kennengelernt. Wie verbringst du am liebsten deinen Feierabend? Am liebsten entspanne ich nach der Arbeit zu Hause mit einem guten Buch oder einer Serie. Ich koche auch gerne und treffe mich mit Freunden. Was war das interessanteste Land, das du besucht hast? Das interessanteste Land, das ich besucht habe, war Japan. Die Kultur und die Traditionen haben mich sehr fasziniert. Wie verbringst du am liebsten deinen Feierabend? Am liebsten entspanne ich nach der Arbeit zu Hause mit einem guten Buch oder einer Serie. Ich koche auch gerne und treffe mich mit Freunden. Was war das interessanteste Land, das du besucht hast? Das interessanteste Land, das ich besucht habe, war Japan. Die Kultur und die Traditionen haben mich sehr fasziniert. Was ist dein Lieblingsessen? Mein Lieblingsessen ist Lasagne. Ich liebe die Kombination aus Nudeln, Tomatensauce und Käse. Was ist dein Traumberuf? Mein Traumberuf ist es, Schriftstellerin zu sein. Ich liebe es, Geschichten zu erzählen und meine Gedanken auf Papier zu bringen. Was ist dein Lieblingsessen? Mein Lieblingsessen ist Lasagne. Ich liebe die Kombination aus Nudeln, Tomatensauce und Käse. Was ist dein Traumberuf? Mein Traumberuf ist es, Schriftstellerin zu sein. Ich liebe es, Geschichten zu erzählen und meine Gedanken auf Papier zu bringen. Was machst du gerne in deiner Freizeit? In meiner Freizeit gehe ich gerne spazieren, lese Bücher oder schaue Filme. Außerdem treffe ich mich oft mit Freunden. Was für Musik hörst du am liebsten? Ich höre am liebsten Popmusik und gelegentlich auch Rockmusik. Ich mag es, wenn die Musik eine gute Stimmung erzeugt und zum Tanzen anregt. Welchen Film hast du zuletzt gesehen? Ich habe zuletzt den Film La La Land gesehen. Mir hat die Musik und die Handlung des Films sehr gut gefallen. Was sind deine Pläne für das Wochenende? Am Wochenende treffe ich mich mit Freunden zum Essen. Außerdem gehe ich am Samstag ins Kino und am Sonntag möchte ich eine Wanderung machen. Welchen Film hast du zuletzt gesehen? Ich habe zuletzt den Film La La Land gesehen. Mir hat die Musik und die Handlung des Films sehr gut gefallen. Was sind deine Pläne für das Wochenende? Am Wochenende treffe ich mich mit Freunden zum Essen. Außerdem gehe ich am Samstag ins Kino und am Sonntag möchte ich eine Wanderung machen. Was ist dein Lieblingsbuch? Mein Lieblingsbuch ist Die Verwandlung von Franz Kafka. Ich finde die Geschichte sehr tiefgründig und faszinierend. Welche Sportart treibst du am liebsten? Ich treibe am liebsten Yoga. Ich finde es eine gute Möglichkeit meinen Körper und Geist zu entspannen. Was ist dein Lieblingsbuch? Mein Lieblingsbuch ist Die Verwandlung von Franz Kafka. Ich finde die Geschichte sehr tiefgründig und faszinierend. Welche Sportart treibst du am liebsten? Ich treibe am liebsten Yoga. Ich finde es eine gute Möglichkeit meinen Körper und Geist zu entspannen. Wie sieht dein Arbeitsalltag aus? Meistens arbeite ich von 9 bis 17 Uhr im Büro. Ich erledige verschiedene Aufgaben, beantworte E-Mails und telefoniere mit Kunden. In der Mittagspause gehe ich oft spazieren, um den Kopf frei zu bekommen. Wie oft gehst du ins Fitnessstudio? Ich gehe ungefähr zweimal pro Woche ins Fitnessstudio. Dort mache ich Ausdauertraining und Krafttraining, um fit zu bleiben. Was sind deine Lieblingsferienziele? Meine Lieblingsferienziele sind die Berge und das Meer. Ich liebe es, in den Bergen zu wandern und die Landschaft zu genießen. Am Meer entspanne ich gerne am Strand und schwimme im Meer. Welche Sprachen sprichst du außer Deutsch? Ich spreche Englisch und Französisch. Englisch habe ich in der Schule gelernt und Französisch im Studium. Was sind deine Lieblingsferienziele? Meine Lieblingsferienziele sind die Berge und das Meer. Ich liebe es, in den Bergen zu wandern und die Landschaft zu genießen. Am Meer entspanne ich gerne am Strand und schwimme im Meer. Welche Sprachen sprichst du außer Deutsch? Ich spreche Englisch und Französisch. Englisch habe ich in der Schule gelernt und Französisch im Studium. Was ist dein Lieblingsessen? Mein Lieblingsessen ist Lasagne. Ich mag die Kombination aus Nudeln, Tomatensauce, Käse und Hackfleisch. Was machst du gerne in deinem Urlaub? In meinem Urlaub mache ich gerne Sichtsee ein, erkunde neue Städte und probiere lokale Spezialitäten. Außerdem entspanne ich mich gerne am Strand oder in den Bergen. Was ist dein Lieblingsessen? Mein Lieblingsessen ist Lasagne. Ich mag die Kombination aus Nudeln, Tomatensauce, Käse und Hackfleisch. Was machst du gerne in deinem Urlaub? In meinem Urlaub mache ich gerne Sichtsee ein, erkunde neue Städte und probiere lokale Spezialitäten. Außerdem entspanne ich mich gerne am Strand oder in den Bergen. Was sind deine Hobbys? Meine Hobbys sind Lesen, Joggen und Reisen. Ich lese gerne Bücher, gehe regelmäßig joggen, um fit zu bleiben und entdecke gerne neue Orte auf Reisen. Welche Musikrichtungen magst du am liebsten? Ich mag am liebsten Popmusik und Rockmusik. Ich höre gerne Lieder von Künstlern wie Ed Sheeran und Coldplay, aber auch ältere Rockbands wie die Rolling Stones. Was sind deine Hobbys? Meine Hobbys sind Lesen, Joggen und Reisen. Ich lese gerne Bücher, gehe regelmäßig joggen, um fit zu bleiben und entdecke gerne neue Orte auf Reisen. Welche Musikrichtungen magst du am liebsten? Ich mag am liebsten Popmusik und Rockmusik. Ich höre gerne Lieder von Künstlern wie Ed Sheeran und Coldplay, aber auch ältere Rockbands wie die Rolling Stones. Wie oft triffst du dich mit Freunden? Ich treffe mich ungefähr einmal pro Woche mit Freunden. Wir gehen gemeinsam ins Kino, in Restaurants oder machen einfach einen Spaziergang. Was war dein letzter Urlaub? Mein letzter Urlaub war in Italien. Ich habe Rom und Florenz besucht und viel italienisches Essen genossen. Wie oft triffst du dich mit Freunden? Ich treffe mich ungefähr einmal pro Woche mit Freunden. Wir gehen gemeinsam ins Kino, in Restaurants oder machen einfach einen Spaziergang. Was war dein letzter Urlaub? Mein letzter Urlaub war in Italien. Ich habe Rom und Florenz besucht und viel italienisches Essen genossen. Welche Sportarten schaust du gerne im Fernsehen? Ich schaue gerne Fußball im Fernsehen. Ich finde es spannend, die Spiele zu verfolgen und mitzufiebern. Was machst du, um zu entspannen? Um zu entspannen, lese ich gerne Bücher oder schaue Serien auf Netflix. Ich gehe auch gerne spazieren oder mache Yoga. Welche Sportarten schaust du gerne im Fernsehen? Ich schaue gerne Fußball im Fernsehen. Ich finde es spannend, die Spiele zu verfolgen und mitzufiebern. Was machst du, um zu entspannen? Um zu entspannen, lese ich gerne Bücher oder schaue Serien auf Netflix. Ich gehe auch gerne spazieren oder mache Yoga. Was hast du gestern Abend gemacht? Gestern Abend habe ich mit Freunden zu Hause gegessen und danach haben wir einen Film geschaut. Wie lange arbeitest du schon hier? Ich arbeite hier seit drei Jahren. Was hast du gestern Abend gemacht? Gestern Abend habe ich mit Freunden zu Hause gegessen und danach haben wir einen Film geschaut. Wie lange arbeitest du schon hier? Ich arbeite hier seit drei Jahren. Wie oft gehst du ins Fitnessstudio? Ich gehe etwa dreimal pro Woche ins Fitnessstudio. Welches Buch liest du gerade? Ich lese gerade Der Alchemist von Paolo Köhlho. Wie oft gehst du ins Fitnessstudio? Ich gehe etwa dreimal pro Woche ins Fitnessstudio. Welches Buch liest du gerade? Ich lese gerade Der Alchemist von Paolo Köhlho. Wie ist dein Tag heute bisher verlaufen? Mein Tag heute ist bisher gut verlaufen. Ich hatte eine produktive Arbeitssitzung am Morgen und habe gerade ein leckeres Mittagessen gegessen. Wohin möchtest du gerne reisen? Ich möchte gerne nach Japan reisen. Ich finde die Kultur und das Essen sehr interessant und würde gerne die Tempel und Gärten besuchen. Was sind deine Hobbys? Wie ist dein Tag heute bisher verlaufen? Mein Tag heute ist bisher gut verlaufen. Ich hatte eine produktive Arbeitssitzung am Morgen und habe gerade ein leckeres Mittagessen gegessen. Wohin möchtest du gerne reisen? Ich möchte gerne nach Japan reisen. Ich finde die Kultur und das Essen sehr interessant und würde gerne die Tempel und Gärten besuchen. Was sind deine Hobbys? Meine Hobbys sind Fotografie und Reisen. Ich liebe es, neue Orte zu entdecken und schöne Bilder zu machen. Was ist dein Lieblingsessen? Mein Lieblingsessen ist Pizza. Ich liebe die Vielfalt an Belegen und wie knusprig und würzig sie ist. Was sind deine Hobbys? Meine Hobbys sind Fotografie und Reisen. Ich liebe es, neue Orte zu entdecken und schöne Bilder zu machen. Was ist dein Lieblingsessen? Mein Lieblingsessen ist Pizza. Ich liebe die Vielfalt an Belegen und wie knusprig und würzig sie ist. Wie lernst du Deutsch? Ich lerne Deutsch durch eine Kombination aus Kursen an der Volkshochschule, Online-Übungen und Gespräche mit deutschsprachigen Freunden. Kannst du ein Instrument spielen? Ja, ich kann Gitarre spielen. Ich habe vor ein paar Jahren angefangen und spiele gerne in meiner Freizeit. Was ist dein Lieblingsfilm? Mein Lieblingsfilm ist Forrest Gumpf. Ich finde die Geschichte sehr berührend und Tom Hanks spielt seine Rolle unglaublich gut. Was sind deine Pläne für das Wochenende? Am Samstag treffe ich mich mit Freunden zum Branschen und am Abend gehe ich ins Theater. Am Sonntag werde ich mich entspannen und ein Buch lesen. Was für Musik hörst du gerne? Ich höre gerne verschiedene Musikrichtungen, aber am liebsten höre ich Pop- und Rockmusik. Warst du schon einmal im Ausland? Ja, ich war schon in einigen Ländern im Ausland, unter anderem in Spanien, Frankreich und Italien. Ich liebe es, neue Kulturen kennenzulernen und neue Orte zu entdecken. Was für Musik hörst du gerne? Ich höre gerne verschiedene Musikrichtungen, aber am liebsten höre ich Pop- und Rockmusik. Warst du schon einmal im Ausland? Ja, ich war schon in einigen Ländern im Ausland, unter anderem in Spanien, Frankreich und Italien. Ich liebe es, neue Kulturen kennenzulernen und neue Orte zu entdecken. Was sind deine Zukunftspläne? In Zukunft möchte ich meine Karriere weiterentwickeln und auch mehr reisen. Ich würde gerne weitere Länder besuchen und mehr über verschiedene Kulturen lernen. Kannst du mir ein gutes Buch empfehlen? Ja, ich kann dir, der Vorleser von Bernhard Schlink empfehlen. Es ist eine bewegende Geschichte über eine ungewöhnliche Beziehung und es ist sehr gut geschrieben. Was sind deine Zukunftspläne? In Zukunft möchte ich meine Karriere weiterentwickeln und auch mehr reisen. Ich würde gerne weitere Länder besuchen und mehr über verschiedene Kulturen lernen. Kannst du mir ein gutes Buch empfehlen? Ja, ich kann dir, der Vorleser von Bernhard Schlink empfehlen. Es ist eine bewegende Geschichte über eine ungewöhnliche Beziehung und es ist sehr gut geschrieben. Was hast du letztes Wochenende gemacht? Letztes Wochenende war ich auf einem Ausflug in die Berge. Ich habe eine Wanderung gemacht und die Landschaft genossen. Am Abend war ich mit Freunden in einem Restaurant essen. Was ist dein Lieblingsplatz in deiner Stadt? Mein Lieblingsplatz in meiner Stadt ist der Park. Ich gehe dort oft spazieren und genieße die Natur und die frische Luft. Im Sommer ist es auch ein toller Ort für ein Picknick oder ein Treffen mit Freunden. Was hast du letztes Wochenende gemacht? Letztes Wochenende war ich auf einem Ausflug in die Berge. Ich habe eine Wanderung gemacht und die Landschaft genossen. Am Abend war ich mit Freunden in einem Restaurant essen. Was ist dein Lieblingsplatz in deiner Stadt? Mein Lieblingsplatz in meiner Stadt ist der Park. Ich gehe dort oft spazieren und genieße die Natur und die frische Luft. Im Sommer ist es auch ein toller Ort für ein Picknick oder ein Treffen mit Freunden. Wie verbringst du am liebsten deine Freizeit? In meiner Freizeit lese ich gerne Bücher, treibe Sport oder treffe mich mit Freunden. Ich finde es wichtig, einen Ausgleich zum Arbeitsalltag zu haben und etwas für sich selbst zu tun. Wie findest du das Wetter heute? Ich finde das Wetter heute sehr schön. Die Sonne scheint und es ist angenehm warm. Es ist perfekt für einen Spaziergang im Park oder ein Eis in der Stadt. Wie verbringst du am liebsten deine Freizeit? In meiner Freizeit lese ich gerne Bücher, treibe Sport oder treffe mich mit Freunden. Ich finde es wichtig, einen Ausgleich zum Arbeitsalltag zu haben und etwas für sich selbst zu tun. Wie findest du das Wetter heute? Ich finde das Wetter heute sehr schön. Die Sonne scheint und es ist angenehm warm. Es ist perfekt für einen Spaziergang im Park oder ein Eis in der Stadt. Was für eine Rolle spielt Familie für dich? Familie spielt eine sehr wichtige Rolle für mich. Ich habe eine enge Beziehung zu meinen Eltern und Geschwistern und wir unterstützen uns gegenseitig in allen Lebenslagen. Familie gibt mir Halt und Geborgenheit und ich bin dankbar für ihre Unterstützung. Was für eine Rolle spielt Familie für dich? Familie spielt eine sehr wichtige Rolle für mich. Ich habe eine enge Beziehung zu meinen Eltern und Geschwistern und wir unterstützen uns gegenseitig in allen Lebenslagen. Familie gibt mir Halt und Geborgenheit und ich bin dankbar für ihre Unterstützung. Kannst du eine besondere Erfahrung aus deinem Leben teilen? Eine besondere Erfahrung aus meinem Leben war eine Reise nach Afrika. Ich habe dort in einem Dorf geliebt und die Kultur und Lebensweise der Menschen kennengelernt. Es war eine unglaublich bereichernde Erfahrung und ich habe viel über mich selbst und die Welt gelernt. Kannst du eine besondere Erfahrung aus deinem Leben teilen? Eine besondere Erfahrung aus meinem Leben war eine Reise nach Afrika. Ich habe dort in einem Dorf geliebt und die Kultur und Lebensweise der Menschen kennengelernt. Es war eine unglaublich bereichernde Erfahrung und ich habe viel über mich selbst und die Welt gelernt. Was ist deine Lieblingsjahreszeit? Meine Lieblingsjahreszeit ist der Frühling. Ich mag es, wenn die Natur wieder zum Leben erwacht und alles anfängt zu blühen. Außerdem ist es nicht mehr so kalt wie im Winter, aber auch nicht so heiß wie im Sommer. Was hast du gestern Abend gemacht? Gestern Abend habe ich mich mit Freunden zum Essen getroffen. Wir waren in einem neuen Restaurant, das ich unbedingt ausprobieren wollte. Das Essen war super lecker und wir hatten eine schöne Zeit zusammen. Was hast du gestern Abend gemacht? Gestern Abend habe ich mich mit Freunden zum Essen getroffen. Wir waren in einem neuen Restaurant, das ich unbedingt ausprobieren wollte. Das Essen war super lecker und wir hatten eine schöne Zeit zusammen. Kannst du ein bisschen über deinen Job erzählen? Ich arbeite als Verkäuferin in einem Kaufhaus. Meine Aufgaben umfassen hauptsächlich Kundenberatung, Kassieren und Bestandskontrolle. Es ist ein abwechslungsreicher Job und ich treffe jeden Tag viele unterschiedliche Menschen. Welche Musikrichtung hörst du am liebsten? Ich höre am liebsten Popmusik. Ich mag es. Ich mag es, wenn die Lieder eingängig und leicht zu singen sind. Außerdem höre ich gerne deutsche Musik, um meine Sprachkenntnisse zu verbessern. Welche Musikrichtung hörst du am liebsten? Ich höre am liebsten Popmusik. Ich mag es, wenn die Lieder eingängig und leicht zu singen sind. Außerdem höre ich gerne deutsche Musik, um meine Sprachkenntnisse zu verbessern. Was für einen Sport treibst du am liebsten? Ich treibe am liebsten Yoga. Es ist eine entspannende Sportart, bei der man sich auf seinen Körper und seine Atmung konzentrieren kann. Außerdem kann man Yoga fast überall machen. Man braucht nur eine Matte und etwas Platz. Was für einen Sport treibst du am liebsten? Ich treibe am liebsten Yoga. Es ist eine entspannende Sportart, bei der man sich auf seinen Körper und seine Atmung konzentrieren kann. Außerdem kann man Yoga fast überall machen. Man braucht nur eine Matte und etwas Platz. Was hast du als Kind am liebsten gemacht? Als Kind habe ich am liebsten draußen gespielt. Ich mochte es, im Garten zu spielen oder auf dem Spielplatz zu klettern. Außerdem habe ich gerne gemalt und gebastelt. Was hast du als Kind am liebsten gemacht? Als Kind habe ich am liebsten draußen gespielt. Ich mochte es, im Garten zu spielen oder auf dem Spielplatz zu klettern. Außerdem habe ich gerne gemalt und gebastelt. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020